Wie heißen Sie? Shelley. Hi Shelley, mein Name ist Alice. Ich habe mich verbrannt. Es war ein Unfall. Vor sehr langer Zeit. Es ist nur mein Gesicht. Aber alles andere ist normal. Danke fürs Erzählen. Ich weiß, wie schwer es ist, sich vor anderen zu öffnen. Du siehst wunderschön aus. Ich sehe aus wie Sie. Wieso ruft er Sie immer noch an? Weiß ich nicht. Sagen Sie ihm, er soll aufhören. 3.4x ARD Text im Auftrag des Wartes 3.6x 6.11x 6.11x 7.11x 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 8.11x 5.11x 5.11x 6.11x 12.11x 32.11x 8.11x 7.11x 6.11x Sie müssen es tun. Es wäre besser.